Ja, hallo und willkommen zu unseren, ja, neuen Folge. Wart ihr schon in dieser Höhle? Ja, da musst du ja durch. Da musst du durch, es geht gar nicht anders. Ja, nicht, dass ich hier gerade irgendwas entdecke. In meiner Höhle ist alles tot im Moment. Dietrich, Bogen, Zauberstab, Magierstab. Zauberstab habe ich doch schon gehabt, oder? Also was ganz nett ist, hallo auf jeden Fall an alle, was ganz nett ist, ist ja wirklich, dass du mit all zwei Inventare hast. Mit einem Schnellzugriff. Das finde ich echt cool. Man muss nur mit allen drücken. Ja. Herstellen und reparieren. Ich will meinen Hammer reparieren. Ähm. Ich habe auch gepackt. Ich habe eine. Brandwerk, Zauberstab, herstellen. Du hast einen Zauberstab. Ja, ich habe jetzt einen Zauberstab, genau. Ich verstehe nicht, wie ich meine Steine bekomme. Muss ich die auch nochmal aufheben, oder so? Du kannst sie sammeln, du kannst sie hacken. Hacken, hacken, hacken. Die sind da nicht in meinem Indie irgendwie. Hacken, um zu kacken. So. Ja, ich weiß auch manchmal nicht. So, Werkbank haben wir. Okay. Und da kann ich einen Bauhammer bauen. Okay, den brauche ich wahrscheinlich. So. Oh, ich hasse dieses Spiel, weißt du das? Ich verstehe diesen blöden Baum nicht. Wieso willst du ein Dach bauen? Wir brauchen eine Plattform. Filmmaterialien. Ach ja. Also wer ist denn jetzt auf der Brücke? So ein kleiner... Ach, hallo, Ziege. Wie geht denn jetzt das Bauen? Weil ich habe Plätze, das habe ich... Du musst deine Klötze herstellen. Also du musst auf jeden Fall die Klötze herstellen. Okay, dieser grobe Steinblock. Ja, oder Holz, wie auch immer. Okay, habe ich. Und dann? So, dann nimmst du deinen Hammer in die Hand. Ja. Nein, das tut er nicht. Okay. Und mit alt ist gut. Ich wollte eigentlich nur wieder zu euch zurückkommen. Ah, nice. Also ja, ich bin gestürmt, um zu euch zurückzukommen, besser gesagt. Mit dem Mausrad brauchst du nicht von 1 bis 0 drücken, sondern kannst du mit dem Mausrad einmal rüber scrollen. Guck mal. Ich habe Herz. Danke, dass... Wo bist du? Ich stehe hier an der Werkbank. Sehr nice. Komm her. Ich bin da schon nicht runter, könnte gefällig werden. Ach, du hast schon was gebaut. Okay. Und wenn ich den jetzt wegnehme, haben wir in den Keller. Okay. So, halt dir weit. Ja, bitte. Oh, da ist ein Zickel. Sehr nice. Sehr nice. Na, und dann? Fuck. Ist der wieder da? Nein. Es war doch ein Kaninchen. Ich dachte, du hast eine Federmaus. Was? Ja, die Kaninchen sehen auch komisch aus hier. Ja, ja, die haben so Ohren. Guck dir das Ding doch mal. Aber Fledermäuse fliegen und Kaninchen hüpfen. Aber wieso ist meine Grundplatte kleiner wie deine Grundplatte? Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, du kannst mir mit dem Mausrad. Ja? Und dann dreht es halt. Oh. Oh, ich bin ein Paradies. Oh, zeig dir ihm das. Aber du musst immer zur Werkbank hin diese Blöcke herstellen. Und dann kannst du durch diese Blöcke, kannst du Blöcke setzen, Wände setzen, Decke machen. Treppe machen. Warum zeigst du ihm das? Lass es bitte. Wir kommen hier nie wieder weg. Was habe ich jetzt gemacht? Ich kann bauen. Du hast dich beigelassen. Die Bestie. Die Baubestie. Die nächste Woche werden wir bauen. Bondi. Hey, ich bin krank. Nächste Woche. Du kannst in den nächsten zwei Monaten krank sein. Also, um das nochmal zu erläutern. Ja, bitte. Du kannst diesen Altarteil mit E andrücken und du kannst dein Altarflammen immer größer schalten. Dass du eine riesengroße Baufläche kriegst. Ja. Der will aber Zutaten von dir haben. Das habe ich heute herausgefunden. Ich habe mir auch mal rausgebaut und habe da mal rauf gedrückt. Ich denke, Mensch, warum geht dies nicht und das nicht und jedes nicht. Und habe gesehen, du kannst deine Baufläche vergrößern, wenn du in diesem Teil, also wenn du im Rucksack alle Gegenstände, die du dafür brauchst, hast. Dann kannst du deine Bauweise hier vergrößern. Du kannst ein Dorf bauen. Ah, okay. Du kannst nur springen, weil du noch gar nicht das Talent hast, zu fliegen. Ich bin gesprungen. Auf einmal war ich gut. Ja. Es gibt einen Gleiter. Ey, ich bin ja nirgendwo untergesprungen. Ich. Ich weiß aber auch nicht, warum ich nichts bauen kann. Meine Steine sind weg. Wo sind meine Steine? Geht weg, wenn ich sterbe. Tierfälle, Garn. Wollen sie deine Nieren Steine, oder? Irgendwann ne ganz normalen Steine. Weil sie sind einfach weg. Ich hatte nur 17 Stück. Dann bringt der nichts. Du musst hier müssen 200, 300 Stück haben. Ja, das habe ich auch gerade gemerkt. Also Steine musst du echt ernten. Bäume auch. Aber ich habe keine Axt. Irgendwie machen die Steine, aber ich habe es sehr krass. Wie kann man craften? Du kannst in dein Brückst du B, und dann hast du, oder nimmst du V, dann gehst du gleich auf Pfand weg, und dann steht rechts außen Holzfäller, Axt und Spitzhacke. Dann guckst du, was du für die Spitzhacke brauchst, und sammelt's hast. Ich werde von Bienen verfolgt. Ja, viel Spaß damit. Die musst du mit einer Waffe erschlagen. Ey, direkt gegen den Viecher sind endlich weg. Das Beste ist irgendwie Messer. Ja, aber ein Messer. Du kannst ja auch abwageln. Ich weiß nicht, aber irgendwie kann ich, ich kann einen Bauhammer bauen. Mehr kann ich tatsächlich nicht bauen. Nee, du musst, du musst die Sachen sammeln. Aus, äh, aus Garn kannst du, äh, hier stehen überall Bücher rum. Na hier, nun nehmen ja so viele. Hat alle, habt ihr alle abgeändert. So, da habt ihr Fasern, und aus diesen Fasern kannst du Garn herstellen. Und das Garn kannst du wieder für, äh, Waffen und etc. benutzen. Oder eben halt. Nee, ich und die Dinger generell nicht in der Werkbank. Ja, okay, ich geh mal Warners dann. Ihr habt hier ja schon alles abgefarmt. Nö, eigentlich nicht. Heuer nur esst und Garn. Wo bekomm ich schon mal Garn her? Garn kannst du herstellen. Ne geile Keule hast du dann, aber, ähm, mit der Spitzhacke geht er besser. Sag mal, jetzt gerade mal, dann kann ich alle ja einen Bogen bauen. Bitte schön. Kannst du haben? Ja, ich kann dir eine Axt geben. Ich hab Riesenchampions gefunden. Kann man die essen? Ja, das sind gut für deine Gesundheit. Nicht gut oder gut? Gut. Und noch besser, wenn du es in Grillen tust. Ja, alles ist geglärt besser. Ich muss halt hinter die Brücke. Aber da steht so ein Knecht und der killt mich immer instant. Wo baue ich mir denn eigene Äxte und so? Ähm, ähm, V drücken, ein bisschen Handdeck, Gemü, und dann steht da, ähm, Bei 5 ist ne Fackel, du kannst auch runterfragen, du brauchst gar nicht so weit. So, Aleja, ich hab jetzt nen Bogen für dich. Spitzhacke oder ganz, äh, Holzflax. Und der zeigt dir dann an, was du da für brauchst. Um die Sachen herzustellen. Bei mir steht aber noch keine Spitzhacke. Ups. Da muss bestimmen, das ist doof gemacht. Und wo krieg ich die Sachen dafür her? Ähm, Garn kannst du selber herstellen, in dessen du die Büsche hier abernten tust. Und... Und Pflanzenfasern. Oder, ja, Pflanzenfasern. Oder du läufst da nochmal in die kleine Stadt rein. Ey, das... wie viel aus, da oben auch mal mit dieser kleine Kackwand hochzuklettern. Und wo, wo sind Büsche? Also einfach hier irgendwo? Ja, komm mit. Ja, das ist auch dran. Da haben sie ja nicht alles weg, die Erntechen. Papa, glaubst du, wir kriegen den Knecht auf der Brücke? Krelltchen. Ja, das ist so ein Knecht mit Armbrust. Ja, das kann man mit. Ja, das ist natürlich dein Teil des Hauses höher als mein Teil. Warte, hau doch mal zu da, diesen scheiß Wolf. Alter, das Rücken stört schon dabei. So, jetzt kannst du dir die ernten. Geh hin. Komm zu mir. Kannst du Fälle und Fleisch oder Knochen rauskriegen. So. Und diese kleinen Büscher hier, die du hier stehen siehst, die kannst du ernten. Zack. Und dann kriegst du Fasern und Äste. Und aus den Fasern kannst du Garn machen. Wie kann ich mir Klamotten anziehen? Hast du jetzt? Äh, ja. Warte, wo kann ich das ausrüsten? Was blöd ist, dass hier mal hier eine Waffe hinten rumrennt. Ich hab auch so eine Ehering oder was das ist. Ah, moin. Das hat keine Waffe. Probier ich. Alle, er hat eine. Ja, wenn ich nicht rette, ey. Ich muss unbedingt rausfinden, was das ist für ein Problem. Nee, das ist ganz gewisse, Julian. Wenn du das ziel siehst, dann drückst du mit der Armbrust zu. Ich glaube, ich hab die Tab. Das ist doch schon tot. Weil dir müssten eben so zwei Teile sind, oder was? Ja, naja. Drückst du dann drauf, weil der sagt, naja, so ein kleiner Kreis ist. Ja, ich war nicht hingegangen. Und dann verliert deine Person auch nicht nur das Ziel aus den Augen. Ja. Liegt denn, der Knecht? Gut. Ach, die lebt nicht mal mehr. Warum braucht man eigentlich auch so, um zu klettern, aber wenn man springt? Au. Da könnten Fallen sein. Hab ich gar nicht gemerkt. Isst mal was, dann hast du wieder Lebenskraft. So. Äste brauche ich noch. Äste, Moment. Okay, ich geh mal hier hin. Ich geh mir noch Pflanzenfasern besorgen. Sehr schön. Komm her, du kann, Nickel. Ich geh mal den Großen umknocken. Und dann sehen wir, ob der kaputt geht. Dann muss man auch nicht was da rauskommen. Ey, Papa, hier ist eine Festung. Ja, viel Spaß da. Achso, hier war er da schon mal drin. Wow, nice. Mal hier einen Stöcker. Ja, hier ist ein Wolf, der im Stein packt. Merkt, dass das Spiel noch nicht ganz packfrei ist. Ja, jetzt kann ich mir eine herstellen. Ja, sicher. Oh, hier ist so ein kleines Dorf. Das sieht ja noch ganz schillig aus. Oh, ich höre Mücken. Nein. Hilfe. Warum ducke ich mich? Oh, das ist ein Pien. Papa, ich glaube, ich bin in irgendein Staat eingebrochen. Keine Ahnung, was ich... Oh, Mann. Egal, die kann mir gehen. Ah, Hansberg. Kann man jetzt mal eine Küste bauen? Öh, mach wie viel Schaden, die Knechte. Ich bin tot, perfekt. Ich wurde von einer Biene getötet. Brauchst du noch Äste, Alea? Ja. Warum ist denn jetzt hier im Graben? Sind die noch welche? Mann, ich habe aus der Seen vergiftetes Fleisch gegessen. Hm. Dinkig. Ja, ich habe meine ganzen Pflanzenfasern verloren, weil ich gestorben bin. Ja, du musst zu dem Leichtdamm hingehen, dann kannst du sie wiederholen. Ja, bringt auch sehr viel, wenn wir in dieser Anfestigung... Und dann würden wir mal deine ganzen Grabsteine verschwinden. Ja, ich würde einfach nicht in die Bereiche reingehen, die einfach zu schwer sind für dich. Junge, was ist das für eine Scheiße? Ich laufe gerade auf, ist auf einmal, ich falle eine Klippe runter. Da ist das Buggy noch. Julian. Nee, das ist eigentlich überhaupt nicht Buggy. Bis jetzt habe ich schon auch kein Problem. Ich schon. Ich bin dreimal eine Klippe runtergefahren, obwohl ich meilenweit von der Klippe weg war. Hm. Klingt eher wie ein Connection-Problem. Oh, Roddy, was ist denn hier los? Ja, Mathis und ich sind hier... ...an eskalieren, sag ich mal. Ja, was ist denn mit Wände? Wollt ihr aus Stein oder Holz machen? Das ist eine gute Frage, Mathis. Ich will. Ich finde Holz schön. Also ich habe von der Zahn geholzt. Ich habe Holz fest. Ah, Lea, dann komme ich mal zu hier rüber, dann kippe ich hier den Bogen. Ich glaube, wir haben schon ziemlich viel Stein hier verbraucht mit dem Plateau bauen. Hauptsache, ich habe meine 10 Pfeile behalten. Wo ich nicht mal einen Bogen habe. So. Ähm. What? Was? Bist du deine Klamotten zurückholen, Julian? Ja. Du hast meine Klamotten? Ich hatte keine Klamotten, aber... Weil du wolltest nicht. Du willst ihn an den Türen haben. Oh, da kannst du ruhig kreativ sein, du. Dann geh ich mal eine Faser noch haben. Du hast du einen besonderen Wunsch, Mattis. Nö. Ah, du musst warten. Ja, ich muss eh nochmal. Ich muss erstmal wieder energy green. Aber Fenster wäre nicht schlecht. Oh, warte. Weißt du, wenn ich gerade das Nächte nicht in den Türen gehen glaube ich nicht. Warte, warum? Ah, ich weiß nicht auch warum. Ja, wir haben. Warum steht bei mir da hinten dein Ort, da an deinem Ort? Ja. Weil du da halt immer gestorben bist. Da hast du immer was hinterlassen. Oh, Ecke ist da. Gut. Hast du mal wieder was gegessen, damit du... Ja, ich bin doch gerade dabei. Dann rechts, links rumlaufen. Nicht an die Bienen ran. Ich muss in der Mitte durch. Nein. Ich war schon in deiner Mitte gestorben. Wie dreht man das? Ja, okay. Äh, links rum. Der überall ist ein Pin. Hä? Warum ist der Mainz rot? Ach, weil ich Stein habe. Ich finde das so geil. Schön. Ey, da sind doch auch Pin. Okay, jetzt habe ich ja keinen Stein mehr, sondern dann habe ich Holz. Wieso wechselt der denn nicht automatisch? Nein, du sollst das nicht bauen. Wieso wechselt der... Du sollst das nicht bauen. Ey, bist du blöd? Du meinst, liegt da sehr am Anfang. Oh, jetzt stopp it. Ja, sorry. Achso, ich habe noch Holz, äh, noch Stein dabei. Ah, deswegen wahrscheinlich. Noch zu wenig Stein. Ich wollte ja mit Holz arbeiten, aber irgendwie hört das nicht auf. Oh, bitte schön. Heilen. Wollt ihr hier noch ein paar Holzfenster reinsetzen? Ja, bitte. Das ist so ein bisschen... Mann! Hier ist ja mein Grabstein. Hör doch auf! Papa hat meine Sachen geklaut. Ich habe deine Sachen geklaut. Bonny, kannst du Papa sagen, er soll mir meine Sachen wieder zurückgeben? Nö. Nö, finde ich auch. Papa, ich will meine Sachen wieder. Da war doch gar ein Stein, Grabstein. Doch, klar war das mein Grabstein. Du hast einen gesammelt. Alles Mögliche. So. Fasern waren dabei. Deine Äste müssten dabei gewesen sein. Komm, jetzt kriegst du mal ein paar Fasern. Ach, scheiße, genau. Ich will meine Fasern wieder haben einfach nur. Ich will meine Fasern wieder haben. Ich will meine Fasern wieder haben. Ich habe ihn jetzt gemacht. Ja, hab ich auch wieder. Der hat versucht nicht allzu spät. Aber ich bleibe auch die nächste raus. Das sieht ja hammer aus. Wir haben sich immer so, genau auf die ganze Zeit getrokelt. Ich bin da! Ah, schade. Ich bin da. Mal verwaschen Haare. So, das muss ich auch wieder haben. Du musst da leer einsperren. Ich will da leer einsperren. Ich will da leer einsperren, ja. Das ging nicht anders. Ich schielt gern einen Anblick nicht schwer aus. Gehst du? Sieht die so schrecklich aus. Kann mir gar nicht vorstellen. Also ich muss auf jeden Fall irgendwo noch ein Gegner gewesen sein. Ja, aber geh nicht dahin. Stell dir einfach mal deine Mutter vor. Tür, ich brauch acht Holz. Hey, der ist eben hier vorne glaube ich ein Bienenfahrwerk tatsächlich. Kann man hier überall hoch oder nur da? Hallo, mega. Nice. Nice, nice, nice. Ich freue mich aber nur noch einen Gegner, dann wäre mein XP bei dem Fall. Hallo. Ist ein Dungel da, ne? So. Ich hoffe, wir müssen jetzt genug Holz für eine Tür haben. Ach, ich kann nur die bauen. Okay, dann stelle ich die her. Ist das jetzt eins noch höher oder ist das Deckel so richtig? So richtig, ne? Die Tür ist drin. Willst du noch höher gehen? Es wird meine, also meine Aussichtsterrasse. So. Ich sag doch, du hast was freigesetzt. Entschuldigung. Aber was soll ich denn was sagen? Du und Dec, ihr hattet echt recht gehabt mit solchen Spielen. Ja, natürlich haben wir recht gehabt. Hihi. Was für, was für Spielen? Hier, mit so einem Spiel hier, wo man viel zu lesen hat. Natürlich haben wir recht. Wir haben immer recht. Ich baue hier auf der anderen Seite mal so ein, auch so ein Altar, damit man von da aus hier rüber porten kann, ja. Alles klar. Kann man das? Tatsächlich logge ich mich jetzt auf. Theoretisch? Ja. Was? Ich wollte nur sagen, dass ich jetzt weg bin, weil ich noch mit Tim spielen wollte. Okay. Eigentlich um neun, ist zwar jetzt schon, glaube ich, zehn, aber... Hä? Das ist für den nach neun. Ja, sind wir nicht eigentlich verabredet? Was? Ja, ich mit Tim? Ja, eigentlich schon. Ne, du mit uns? Ja, da wusste ich noch nicht, dass ich mir heute schon das Spiel kaufe. Aber hat gesagt, du musst dir das jetzt kaufen. Also, so hat er es jetzt nicht formuliert, aber... Doch, so habe ich es gesagt, weil er mit ge... Dingspumpst. Mit dem Dingspumpst. Ja, dann bist du auf jeden Fall entschuldigt, wenn du das nicht wusstest. Bist du auf dem Fenster? Ach so. Ja, ja. Aber nächste Woche bin ich dann komplett dabei wieder. Ab nächster Woche bin ich dann komplett dabei wieder. Alles klar. Wie so eine Maschine. Da gehe ich pumpen. Was, du gehst pumpen? Das noch gar nicht. Im Spiel. Ich kann auch pumpen gehen. Nee, wo denn? Ja, da. Ja, okay. Okay. Ich kann keine Schnellreise da rüber machen, ne? Keine Schnellreise? Warum nicht? Hast du das jetzt mit dem Holz gemacht? Warum? Weil... Wenn es nicht meins ist. Wieso ist es nicht deins? Wie albern. Also ich kann da schnell Reise hin machen. So allen auch. Wie leuchtet das aus der blau? Äh, rosa mein ich. Äh, orange. Alles egal. Weil es Nacht wird. Nee. Bei mir auch. Weil wir genau auf Grenze gebaut haben. Ah. Du hast einen Rahmen am Außenrum. So weit kannst du bauen. Du kommst nicht über diesen Rahmen rüber. Und das... Und das... Das... Ja. Mich hat das auch schon... Was? Ich hab hier was für dich. Für mich? Hat mich voll irritiert gerade. Ja. Ja. Hat mich auch schon mal irritiert. Ich denke, hä? Wieso ist denn der Rost am Baum dran? Einmal das hier kriegst du von mir. Warte, ich hab noch was für dich. Was? Hast du auch die Pfeile bekommen? Ja. Ich bin ein Schwerti. Ei, 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 ei. Ich schluck mich einfach hier in meiner stillen Ecke aus. Ah, ich hab wahrscheinlich auf einen von euch gedrückt. Du, das bringt ja nicht drückt. Tauchst sowieso beim Altar wieder auf. Ach so. Deswegen hat's nicht funktioniert. Aui. Wie kann man denn ein... Äh... Da ist dein Dürferschienen. Jo. Was machst du da? Echt? Wie kann man den Stapel teilen? Echt? Ich mach gar nichts. Ja, rechts drücken. Los. Ah, okay. Bis nächstes Mal. Nächstes Mal. Ich hab mal 2500 Holzblöcke hier in die Kiste gelegt. Oh, jetzt müsste ich einen Bogen haben. Ui, danke. So, jetzt müssen wir noch Pfeile haben, ne? Schränken. Alle. Ich hab noch ein paar Pfeile. Ui. Ich merk schon, ich werd hier rundum versorgt. Das ist der Vorteil, wenn man ne Frau ist. Dass du nicht entsorgt wirst. True. Hard, but true. Kein Problem können wir machen. Ne, ohne mich ist's doch viel zu langweilig. Mhhh, Mann. Warte, ich leg hier noch Sachen rein, um den Altal nachher zu vergrößern. Holz hab ich hier noch. Stein hab ich hier auch noch. Das bauen ist ja sehr easy, das geht ja wirklich sehr schön von der Hand. Ja, das sag ich auch immer. Äh, ich glaub wir reden von zwei verschiedenen Sachen, aber ist okay. Ich weiß aber nicht, ob das so positiv ist, weil dann baust du nur noch größer. Nö, also ich hab auch Grenzen. Sicher? Ja, doch. Ja, die Grenzen des Spiels oder was? Ja, ja, zum Beispiel. Ja, Ronny, wie ist denn hier eigentlich mit Licht? Außer den Altar. Bring ihn doch nicht auch noch auf wie den. Ja, mach mal. Sei kreativ. Gerne. Ich bin froh, wenn ich nicht der einzigste bin, der baut. Das muss ich ja ehrlich sagen. Ich muss erstmal rausfinden. Du brauchst einen Bauhammer. Ich weiß. Das hab ich schon nix. So, sehr schön hier. Gefällt mir. So, nochmal. So. Aber ich hab da keine Fackeln oder so. Muss man die Fackeln einfach aus dem Inventar? Die musst du bauen. Fackeln. Ja, ich hab ne Fackeln. Aber kann man die einfach an die Wand tun? Ich glaub, da hab ich was zu viel. Nein. Nein, kann man nämlich nicht. Du musst extra Wandleuchten bauen. Hä? Ja, das hab ich mir gedacht. Die kannst du, glaub ich, nur an der Bergbank machen, ne? Ja. Das war jetzt irgendwie mein nächster Schritt. Aber da sind wir noch gar nicht so weit. Sicher? Oh, hier haltest du gar nicht. Ja, eine Freude kann ich machen, ja. Lichtquelle. Fühlt mir wachs. Ah. Da weiß ich, wo der herkommt. Ja, von den Bienen, ne? Ja. Unser Bienenstockass. Sehr nice. Mit E-Anklicks. Die hängen meistens an den Bäumen. Es sei denn, Dirk und sein Sohn haben hier schon alles abgeerntet. Oh. Ja, ich war auf der anderen Seite, ja. Die ganze Zeit. Hast du den Schmied, der ich mitgebracht? Äh, das ist ne Quest, deswegen hab ich sie nicht vermacht. Achso. Ja, sehr richtig. Weil, äh, das soll ja auch in der Aufnahme sein. Und deswegen endlich diese Mal. Ich danke euch fürs Zusehen. Aber ich kann euch Leuchtwürmchen noch mitbringen. Leucht! Achso. Ich hab' mich leیا tun. Ich kann euch nein. Unser Stunden. Leucht. Ich hab' mir so Tässä her.